oh sorry I am Bruno. Wir kennen dich alle. People in Pokemon can't confirm when it's out of the limit. Train my fighting Pokemon. Da steht dauernd Code hier und überlassen. Ja, ne? Live and train with my fighting Pokemon. Ach, das ändert mich einmal schon mal. Es ist nicht so, ja? Also Lenny hat ja heute... Wie heißt der Typ? Diesen Typen mit Mashamei gezeichnet. Aber hat Mashamei doch sechs Arme oder bin ich doof? Er hat nur vier gezeichnet. Oder war es Mashak? Uuuuh, süßstoffen, die du heute gemacht hast. Und ich lade ein Video hoch. Äh, schreib in meinen Socials was. Dann zeichne ich wahrscheinlich die Seite, die ich an der Zeit nicht gezeichnet hab. Ich böse, böses. Böses, böses Mädchen. Oh, dann geh ich irgendwann zu freuen. Hab ich eingenommen. One Punch Man, genau. Aber ich weiß immer noch nicht, wie dieses Ding hieß, was er gezeichnet. Wieso habe ich nicht getauscht? Bin ich dumm? Sag nichts Falsches. Echt? So als hinter der Sex. Aber zwischendurch habe ich sogar acht Arme gesagt. Ich hab laut mir gesagt, der Herr, der hat doch auch Arme. Das ist mir im Gefallen. Nein, 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 nein. So, das war dumm. Ich überlege. Ja. Ob ich neu lade und wenigstens Artie nach vorne schicke. Ah, mal gucken. Vielleicht kann ich auch mit meiner Dummheit leben. Also, gut. So. Hitmonchan. Wird grad dabei sind. Ich glaube, ich setze Tor oder Mäckchen an. Ich weiß es nicht. Bei Mäckchen habe ich ein bisschen Angst. Ach, sowas. War das so bei Masha Mai? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Störbe mich. Ich weiß es nicht mehr. Ach, ich glaub beim nächsten. WAUWEL. WAUWEL. Oh, wirklich. mich dass du da bist ja so ein bisschen wenn ich sagen stolz mich dass ihr da seid obwohl dann die streamt ja wann habe ich so gelesen wieder nichts sie ist er hat vier arme eindeutig sie ist jetzt auch würde gerade google wirklich nur für acht dann kam mir vorbei gibt es denn so kam mir was hat so getrieben diese komischen bären war ein paar mal stand hier nicht gut nicht gut internet dass ich die qualität herunter schrauben soll schon die niedrigste eingestellt ich habe überlegt ob ich die kamera ausmacht wenn du eh früh schlafen musst du warst wenigstens fleißig heute ich habe nur mein zimmer aufgeräumt und ich habe ja ich habe hier buchhaltung gemacht wird ja also ich war heute folgte also nicht wirklich also bleibt meister zeit lag ich rum und doch nicht ich habe keine lustig zu sein und hätte ich wahrscheinlich sogar noch ein video oder so geschafft oder vielleicht die lichtschwestern leiterlich so ist das halt egal eigentlich hätte auch park einsetzen können der leben die lichtschwestern leiterung belassen erwähnen sie eine änderung der videoeinstellung aber solange nicht meckert oder plötzlich nichts mehr schreibt ist nur meine kamera anmachen leute den zweiten geschafft jetzt kommt agatha oh mein gott ist jetzt etwa traurig aber ist jetzt noch keiner gestorben ja 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 schon gespeichert ok beten wir zu gott ok ok i hear oaks taking a lot of interest in your child said oh daf daf beer was once so tough and tense that was decades ago ich war was nicht so schick und spaß jetzt auf 9 ich bin gut und etwa jemals die tue zu schließen doch nun was ck je 산 kid Okay, Plan gescheitert. Ich bin das auch Windows Movie Maker. Ich hab nichts dagegen. Gut, ich versuch mal dich Smiley. Das ist auch gut, aber das hast du im Chemieunterlicht gelernt, oder? Sachen abzufackeln. Okay, wir haben dir was beigebracht und das tust du jetzt an. Ach, ich hab's was gefruchtet. Was da neben geht. Was ist denn, ein Riefer bist? Ich oute mich mal als Noob. Ich guck immer so in den Chat, als will ich mit euch reden, aber ich steige mal. Ja, danke, dass du mir das jetzt sagst. Du hast gesagt, danke. Oh, es ist hier. Das ist gar nicht so dumm. Smiley, du machst ihn fertig. Jetzt war's für dich mit dem Kämpfen vor. Ich geb die Flamethrower. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Okay, das hat's gedacht. Irgendwann machst du Klick und dann ist der Computer einfach fake. Das kenne ich auch. So. Kann du bohren den Donut drücken? Nee, wir haben keine Becken. Das ist einfach keinen ordentlichen Kühler drin. Ähm. Dein Ernst? Bei den Wasserattacken süht es immer. Jetzt lässt du mich im Steck. Wie alle vergiftet sind, halb tot. Was gerade zu schaffen ist, popfen wir uns nicht sehen. In der Eternen waren aber nicht lange weg, wenn es schon 24-37 ist. So, jetzt aber dein Auftritt. Ja, ne? Ja, ne? Ich meine, früher gab's halt auch nur Gänger. Aber so, das dachte ich mir fast. Dass jetzt mit sowas kommt. Nein. Du kommst jetzt ab. So, wen soll ich mir einsetzen? Kein Plan. Ich setze jetzt das Tor ein. Ich hab ja früher auch, ich mochte schon ganz früge Geist-Pokémon. Dann hab ich mir so ein Team gemacht. Aus Nebulak, Apollos und Gangnam. Also ich hab, glaub ich, zwei Nebulaks, zwei Apollos und zwei Gangnam. Ja, das ist ja da irgendwie so. Ja, nicht, dass er dann auch noch kaputt geht. Ach, das ist dein Ernst. Na gut, hier habt ihr ganz Zeit-Restort hier. Hm. Hm. Das ist lustig. Ich dachte immer, du bist Einzelkind. Ehrlich gesagt. Ich meine, von deinem Vater weiß ich ja so ein bisschen. Von einem Bruder? Anide redet. Ach, das ist doch. Hallo, Leute, das ist Toradarrell. Und ja, ich hoffe, du liebst meine Videos. Wenn du mehr Videos interessiert, COSPLAY, DRAWING oder COOKING machen kannst, dann, ja, sub mir. Und wenn du möchtest, kannst du auch mal auf den BEL aufbauen. And I would be very pleased about every coming with luck. See you soon on this channel.